Rundfunk Untertitelung des ZDF, 2020 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 da der fluss rhein noch Fluss rhein Fluss rhein Fluss rhein Fluss rhein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Unter anderem der Eisvogel Auf zum Erlebnispfad Er ist fast wie im Dschungel Wow! Überall auch hier quasi Ist das hier quasi mit den Spinnenweben oder so Das ist ja interessant Ja, das kann ja nicht sein Boah! Ah, da sind Raupen drin Das ist ja der Hammer Das könnte ja auch echt in Tropen sein oder so Ah, da kriecht irgendwas da unten Das ist ein Salamander oder so gewesen Ja, das ist so eine Eidechse Ja Eidechse, ja Auch Libellen Das viele Ja, ist voll eindrücklich Wie so ein Urwald Oh, guck mal Für uns wieder hier die Challenge, oder? Aber das sieht gefährlich aus Nein, nein, das sieht gefährlich aus Auf und Ab Das sieht jetzt irgendwie gefährlich aus Hier ein bisschen Aber das wäre ja wie der Kletterpark gestern Ich würde es fast mal probieren Als Challenge Achso, nur dass ich die Kamera verliere Machen wir mal wieder eine Challenge hier Schlepperfahrt live Ich glaube, ich bin der Einzige, der das hier jemals gemacht hat Okay Ich komme gleich wieder Okay, wir kommen wieder auf den normalen Weg Challenge akzeptiert Herausforderungen angenommen Wie gestern Im Seilpark Pilatus Sehr gut Sehr, sehr gut Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Jetzt kommen vielleicht noch die Frösche und Kröten Also ist da Frösche und Kröten, oder? Sozusagen? Ja Ist da Frösche und Kröten auch, oder? Ja Ah, da hinten Ja genau, da zwei Grüne, da hinten Am Schilf dran Ah, da hinten auch nochmal Oh, Schlangen Ah ja, das ist ein Frösche Ah, da überall waren Frösche Oh, wie echt, gell, aus den Kaulquappen Die Entwicklung vom Frosch Boah, ist voll schön hier, das ist wie so ein Dschungel Echt schön Mmmh, da hinten Ja genau, da hinten Oh, ja, da hinten Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die Frösche quaken! 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 Weiter durch den Dschungel! Wenn die Frösche quaken! 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 Das ist ein Haus. das wäre doch noch mal eine challenge für mich hier mit dem seil das wäre doch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020